Ein Weiber. Was du nicht sagst, nicht zufällig ein Freund von dir, oder? Schnapp sie dir! Du weißt, was zu tun ist. Los! Geh drück! Schnapp sie dir! Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir! Hier drüben! Fass, Torgal! Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben! Schnapp sie dir! Schnapp sie dir! Hier drüben! Da, Schnapp sie dir! Schnapp sie dir! Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben! Knapp vorbei! Schnapp sie dir! Los! Hier drüben! Fass, Torgal! Du weißt, was zu tun ist. 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 Knapp vorbei! Darmus! Los! Darmus! Darmus! Du weißt, was zu tuns? Darmus! Und weiter. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. Hier scheint es nicht mehr lang zu gehen. Schade um die schöne Abkürzung. Was ist, Togga? Oh, Togga. Oh! Sonders froh sehen die nicht aus. Diesmal bin ich aber nicht schuld. Das ist ein Schade. Da, Boss! Du weißt was zu tun. Was soll der Stand? Ich war ein Wölfer. Ich glaube, das interessiert dir nicht. Was soll der Stand? Das habe ich nicht gern getan. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Wölfer. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Das sollte nicht zu lange dauern. Ist ja eine tolle Abkürzung. Geh. Ist doch kurz. Nur nicht ganz so schnell. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Das wollte ich gerade. Geh. Was ist das? Schnapp sie dir! Los! Fast, Torgal! Los! 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 Das war's für heute. Da, los! Hier drück! Fast vorgeist! Du weißt, was zu tun ist. Da, los! Fast vorgeist! Fast vorgeist! Fast vorgeist! Schnapp sie dir! Fast vorgeist! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. Du weißt, was zu tun ist. So langsam. Ob er das noch beigert? Nicht, wenn wir ihn vorher töten. Du weißt, was zu tun ist. 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 Was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Pass, Torgat! Du weißt, was zu tun ist. Stathos! Nicht zu nahe, Torgat! Schnapp sie dir! Stathos! Los! Fass, Torgat! Hier drüben! Fass, Torgat! Schnapp sie dir! Fass, Torgat! Los! Fass, Torgat! Fass, Torgat! Fass, Torgat! Die, die, die! Schnapp sie dir! Wichtig ist, so schnapp sie mit. Fass in der Mitte. Hats, Torgat! Wirklich? Zurück! Du, du bist ein Dominus. Bin ich, ja. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramuh heimsuchen. Sit, wenn du Dominion-Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon hab, dasselbe wie alle, was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Ja. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein. Ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir's uns aussuchen. Ja. 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 Aber hier bewegt halt auch unseren Grünen. going, muss was ist der Öknechtungunwerken. was genau hast du vor wenn du diesen feuer dominus findest was glaubst du ich bin blöd was er meinem bruder angetan hat die zunge ab der mir das ausreden will entspann dich du machst einem jahr angst du weißt was zu tun ist Das war's für heute. Dachos! Dachos! Knapp vorbei! Siehst du den Bach? Dem folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Im Handumdrehen. Sicher. Da, Dachos! Du weißt, was zu tun ist! Da, Dachos! Falsch, Vorgang! Schnapp sie dir! Dachos! Dachos! Falsch, Dachos! 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 Dachos, Dachos! Nein! Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. So weißt, was du zu tun hast. Fass, Zorga! Los! Hör nach mir! Was macht der denn hier? Folgen wir ihm. Und? Vier abgesprochen. Alle dort. Gleich unten im Dorf. Sehr gut. Gehen wir. Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Ach. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gild verraten. Ach. Ach. Diese Frau. Benedikta Hamann. Kopf der königlichen Späher Valuz. Das wäre vielleicht die Chance. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Hier! Bringen wir's hinter uns! Wenigstens keine Riesen-Echsen. Für die Herren des Windes! Ich bin abqut. Ich bin zuerst. Hier! Ich bin hier! Der muss mit meinem Geld klappen! Ich bin weg! Abwechst dich! Ich bin weg! Ich bin weg! Du weißt, was zu tun ist. So leise. Du weißt, was zu tun ist. So leise. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020